Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed. Ich denke, ich bin jetzt wieder nach ein paar Tagen ein bisschen besser oder etwas höher konzentriert. Gut, wir haben jetzt frühen Morgen tatsächlich, obwohl so früh ist es auch wieder nicht. Was haben wir hier? Seit der letzten Aufnahme ein paar Tage vergangen. Äh, ich... boah, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich glaube, vor, puh, grob gesagt vier oder fünf Tagen vielleicht. Ist also ein bisschen was her. Unentdeckter Ort in der Höhle. Vorsicht, niemand darf mich sehen. Ja, aber wie bringe ich die alle um? Auf recht subtile Art und Weise. Nichts. Oh, da hinten steht einer ganz einsam. Ich glaube, die sind... Äh, 21... Im alleinigen Kampf vielleicht. Ich guck mal eben auf den Fähigkeiten. Ah, das brauchen wir alles halt nicht, ne? Ach, vielleicht doch. Bewege dich schneller als Hermes. Für dich wird die Zeit für fünf Sekunden verlangsamt. Hm. Hat dich das nicht verbessert? Mir war danach... Also mir war so... Aber gut, vielleicht habe ich es auch nicht. Man weiß ja nicht. Okay, aber die... Die stehen da halt alle doch recht, äh... Huch. Äh. Blöd rum, ne? Ich meine, ich komme nicht so richtig an die ran. Guck mal, wie viele von den Söldnern halt hier sind, ne? Sind die damit gemeint? Oder eher hier. Die hängen dort, glaube ich, ein bisschen fest. So, wie für ein Level auch ganz schön hoch. Hm, hm, hm. 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 Ja, das hat mich so hingehauen, wie ich wollte. Was ist das? Oh, das ist gut. Die hängen fest. Oh, das lief ja doch ganz gut. Das blöde ist halt, dass die dort so blöd sind. Der hängt da halt so blöd. Was muss ich denn hier noch machen? Kriegsvorräte verbrennen und Befehlshaber ausschalten. Ich würde natürlich gerne vorher die Kisten plündern, bevor ich sie hier... Okay. Okay. Ist also nur ein Zivilist. Ich will doch nicht die Arbeiter töten. Mann. Dann fuhre ich den. ich weiß nicht genau warum die jetzt gegeneinander kämpfen was soll mir ehrlich gesagt egal sein er ist glaube ich der anführer und die sind die söldner ich wusste gar nicht dass die verfeindet miteinander sind und du bist 24 bitte macht was ihr wollt ich hole mir noch den schatz und dann habe ich das hier abgeschlossen dank euch 25 drachmen tja schatz geplündert jetzt würde ich nur gerne an seine leiche rennen wacht juckt der selbst nicht aber unterm bart sie nur all das silber hierauf gründet also auch jetzt vollständig ab das wäre echt super ja glaubt ihr in die rohbobende wach 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 Ah, jetzt kommt noch nicht hierher, Mann. Ja, ich würde schon gern Licht anmachen, aber... Ja, jetzt kommt noch nicht hierher, Mann. Befehlshaber ausschalten, das ist er aber nicht. Oh, die lohnt sich ja richtig hier. Ich weiß ja nicht, warum eine Silbermine eher Eisenbrocken hat, aber es ist ja auch an sich. Das wollte ich gar nicht. Kultisten, weiß ich noch nicht, oder? Ziegenkäse, ja ja. Ah, falsche Waffe. Icarus ist natürlich nicht verfügbar. Oh, die Pilze sehen ein bisschen vorlautig. Ich weiß nicht, dass er das nicht mitgekriegt hat. Wo ist er denn? Ups, daaaah. Geh, ich sehe ihn nicht. Das kann jetzt... Ah, da. Na, wird sich zeigen, ob das gut ist. Soll ein Kultistenhinweis hier sein, aber... ... Der hat immer denselben Weg, ne? Ja Wo kommt der denn schon wieder her? Das haben wir doch gefolgt Kultistenhinweis in der Nähe, ja, aber... Ah, vielleicht der U Kultistenhinweis, Tatsache Ich weiß nicht, ob ich ne Chance gegen den hab, 23 Äh Kultist des Kosmos Wen haben wir denn da? Bereit zur Enthüllung Sklaverei ist natürlich Sie ist notwendig Die Silber Unter dem Kosmos gab es einen einzigen Mann, der als der Silbergreif bekannt war Er war nicht wegen seiner Grausamkeit einzigartig, sondern wegen des Talents Andere seinen grausamen Willen umsetzen zu lassen Wer ihn kannte, erzählte, dass er sich selbst als eine Art Lehrmeister verstand Sklavenhalter lehrte er, wie man andere knechtete Und Sklaven, wie man sich unterwürfig zeigt Sein Lehrmaterial war in beiden Fällen dasselbe Die Angst vor dem Tod Die werden wir uns auf jeden Fall Also, die werden wir auf jeden Fall alle uns holen Aber da gilt ein bisschen Geduld Das ist grad nicht so geil Wo immerhin komm ich jetzt raus Guten Abend Wir können ja schon mal auf der Karte unser nächstes Ziel Markieren Wo ich's noch gar nicht so richtig weiß Abgeschlossen Abgeschlossen Dann könnten wir theoretisch uns in die Richtung fahren Anton ... ... ... ... ... ... ... Ja, ich weiß doch, Spiel. Aber danke, dass du mir immer Bescheid sagst. Da ist, oh, das ist glaube ich auch noch ein Olivenzweig. Der ist schon wieder nachgespawnt. Ah, ich weiß gar nicht, wie sieht's denn? Leder haben wir eigentlich wirklich eine ganze Menge. Was können wir denn mal an unserem Schiff verbessern? Den Rumpf vielleicht. Da brauchen wir mehr Holz und mehr Geld. Pfeile vielleicht? Da brauchen wir auch mehr Holz und mehr Geld. Irgendwie weiß ich nicht genau, wie die beiden Sachen funktionieren. Das will bei mir einfach nicht funktionieren. Ja, die brauchen tatsächlich mehr Geld. Oh, ich sehe hier gerade, hier ist noch eine Stelle zu besitzen. Ach, ist schon. Äh, was kannst du? Schiffspanzerung. Äh, warum nicht? Momentan können wir das, glaube ich, verantworten. Naja gut, Leder. Ich glaube, wir werden da noch eine ganze Menge von brauchen. Ich glaube, der Fall ging mal voll ins Leere. Ich glaube, wir werden das, glaube ich, verantworten. Ein Fischerdorf, aber noch keine Quests hier. Aber einen Händler. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall mal einen Schluck Tee trinken, wenn das gestattet ist. Aber ich denke, da hat keiner was gegen. Ah. So. Wie sieht's denn mal... Oh. Mit einem neuen Speer aus. Haben wir da was? Tatsache. Neues Schwert eher nicht, tatsächlich. Bestimmt einen neuen Bogen. Oh, und wie. So. Pfeile. Betäubungspfeile. Ein neuer Helm vielleicht. Oh, ja. Sehr schön. Bisschen mehr Assassine wieder. Das gefällt mir sehr gut. Die ist leider schlechter. Auch schlechter. Okay. Sehr gut, dann können wir gleich mal ein bisschen was verkaufen, weil wir... Also, Geld machen scheint doch nicht so einfach, wie ich immer denke. Ah, toll. Ich könnte's ja versuchen. Warum kommst du direkt auf dieses Gebüsch zu? Das macht keinen Sinn. Ich meine, wenn ich ihn direkt erwische, ne? Also... Ich glaube auch, dass... Wenn ich jetzt mit dem Händler rede, dass er dann kommt. Was kann ich dir bringen? So, ich will alles verkaufen, was ich habe. Ja, die wird wahrscheinlich echt... Ja, das würde mir schon ordentlich Geld in die Tasche spülen, aber... Ich würde das gerne echt noch ein bisschen sammeln. Danke fürs Vorbeischauen. Was, wo kommst du denn hier? Also, ich weiß nicht genau, wie die so funktionieren, die ganzen Söldnerleute, aber das ist teilweise echt nervig. Ja, das sieht man... Ja, dachte ich mir. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Tempel, der als Banditenlager fungiert. Anführer der Sippe töten. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Oh, ihr seht mich also durch einen Schlitz. Du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Die haben hier... Die haben hier... Alter, die opfern hier Menschen. Obwohl, ja gut, zu der Zeit wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, aber auf welche Art und Weise wir es hier machen. Da ist das wahrscheinlich auch nicht so die feine Englische. Da ist noch die Tafel. Ja, komm, das scheint jetzt nicht so weit vom Ufer weg zu sein, da können wir ruhig mal kurz runter. Da ist noch die Tafel. Da ist noch die Tafel. Da ist noch die Tafel. Ach, cool, das war so ein bisschen hier für Schiff wahrscheinlich, ne? Die Athener Mannschaft. Ja, jetzt könnten wir hier so hin, dann hätten wir das nächste Flagezeichen. Wir machen heute auch ein bisschen länger, da wir ja eigentlich auch nur Fragezeichen abgehen und nichts besonderes machen. Ja, das ist jetzt auch nicht besonders schnell, ne? Oh, nein, 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 nein. Ziviler Hafen von Praireus. Ist der Assassiner? Na, das sieht ja hier nicht sehr zivil aus, ehrlich gesagt. Aber es ist auch eine Werft. So. Ziehen wir das mal so ein bisschen von hinten auf. Oh, 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 oh. Der hängt alle auf einem Punkt rum. Leute. Warum hat der mich nicht gesehen? Ich bin ein Blitz. 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 Ich bin ein Blitz.